hallo liebe leute und herzlich willkommen bei der safety car präsentation hier bei gran turismo sport wir haben 3 safety car hier am start wir fangen an mit dem bmw m5 safety car ja und dann geht es hier auch gleich weiter mit nissan ist auch mit dabei wir haben den nissan gtr safety car super gutes fahrzeug auf jeden fall gefällt mir richtig gut hier in gran turismo sport ja und natürlich haben wir auch einen mercedes benz hier mit am start wir haben hier den mercedes benz mercedes amg gt safety car ja wirklich ein hervorragendes fahrzeug hier in gran turismo sport ja und demnächst werden denn hier von diesen drei safety car ein paar videos denn folgen wo ich ein rennen fahre aber das verrate ich noch nicht lasst euch einfach überraschen abonniert meinen kanal und dann seid ihr hier immer up to date dann bedanke ich mich fürs zuschauen lasst einen daumen wenn es euch gefallen hat und weiterhin viel spaß bei gran turismo sport